Ich hab's nicht gehört. Mach's nochmal, ich hab's nicht gehört. Mach's nochmal, ich hab's nicht gesehen. Äh, ist wieder irgendwie schlecht, oder? Jetzt hab ich weggeguckt. Ah, der Block wird dann leicht hollow. Er kann dann die Sonne durchschalten, das ist leicht dumm. Slightly difficult. But it's bad. We are big bitches! Oh, der sieht geil aus. Du, ich zieh deinen durchschluss. Ist der Shader mal genial. Willst du die ganze Folge schon über mit Shader und es läuft? Läuft bei dir. Ey, Leute. Wer von euch kennt Supernatural? Ich. Ich hab jede scheiß Staffel gesehen. Alter, so geil. Achte Staffel, weißt du. Crowley. Äh, Höllenkönig, ne? Klingelton. Ja, ach was. I like big birds and I get in line. Ja, man. So geil, Alter. So geil, Alter. Ich hab's wirklich. Ich hab mich immer gepisst vor Lachen. Ich feier Crowley. Der ist so hammergeil. Alter, aber das... Ne, die neunte ist auch nur im Subtitled. Und ich werd jetzt auch nicht erwähnen, was denn so ein Teil, die mich verschwugelt. Gossip Girl? Nein, ach Quatt. Alter, Gossip Girl ist mega geil. Muss man sich echt geben. Also wirklich, auch als Junge. Gossip Girl ist... Gossip Girl ist nicht gay. Gossip Girl ist aber nur mega geil. Ihr schaut Fernsehen, was habt ihr für Assigen? AssiTV. Ja. Ich guck nur Geordi Shaw. Das ist das Schlimmste, was ich je gesehen hab. Das ist wie Jersey Shaw. Nein. Nur mit einem Namen und mit... Das ist viel schlimmer. Das ist viel mehr Abfall. Das ist wie Jersey Shaw, nur schlimmer. Das ist alles. Jersey Shaw ist nix gegen Geordi Shaw. Das interessiert mich keinen Sinn. Erste Folge Geordi Shaw läuft die eine schon oben ohne im Pool rum. Ich schau mir das mal an. Ahahahahaha. Aha. Wir haben jetzt offizielles Hobby entdeckt. Das Beste ist, die hat nen Freund. Nackte Frauenglotz. Und lässt sich betatschen. Mhm. Und dann gibt's dann jetzt Beef wegen der Leute. Oh, ich bin grad nicht. Ich bin grad nicht. Ich bin grad nicht. Alter, ich hab mich so gepisst vor Lachen bei dem Teil. Von meinem Haus gefallen. Hey Nico, hör auf drüber zu reden. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Nils fängt gleich an zu fappen. Nils fängt gleich an zu fappen, deswegen ey. Alter, ich bin grad schon vom Haus gefallen, deswegen. Weil ich dir so gar nichts erzählen. Du uns auf deinem Haus fappen? Was bist du für ein Asehn? Nein, ich bin grad ernsthaft vom Haus gefallen. Du hast dich also von deinem Haus runter gefappt? Ja. Das ist es. Du hast mich erwischt. Äh, Nico, es ist eine Frage entstandig. Oh, Mann. Oh, es ist so geil. Guck mal, Nico. Ich bin nicht im Baumhaus drin demnächst. Nein. Ich bin schon wieder vom Haus. Oh, Mann. Das ist wirklich schwierig, auf dem Haus zu masturbieren. Okay. Und nächster Versuch. Ich brauch unbedingt ne Schere. Alex, hast du mich grad im Blick? Ähm. Jetzt ja. Hallo. Also. Siehst du mich? Ich brauch... Oh, mein... Schade, nein. Ich kann auch gern nachgucken in der Aufnahme, wie viel das war. Siehst du mich? Alex, siehst du mich? Nein. Weil ich grad nicht hingucke. Ich will nicht jetzt meinen Baum bauen. Ich hab ja fünf Projekte gleichzeitig am Laufen, Alter. Aber ich bin am Masturbieren. Auf meinem Haus. Ich glaub, ich bring das echt. Ich guck in der Aufnahme danach. Ja, ist mir scheißegal. Ich will mein Gold trotzdem. Ich bin ein Jude. Wer ist eigentlich Lauf gegen die Wand? Weiß nicht. Ja, wer wohl? Frag ihn mal. Nico, kennst du den? Hey, sorry. Lass mal töten. Lass mal Lauf gegen die Wand töten, also. Wo ist denn der... Der hat bestimmt keine Diamantspitzhacke dabei mit Glück. Und der... Der heißt bestimmt mit seinem Verfahren Nico. Also so langsam hab ich das Gefühl, ihr verarscht mich und es ist in Wirklichkeit Nico. Nein. Aber nur so langsam. Nico heißt doch Nils. Das wüsste ich. Das wüsste ich, wenn das stimmen würde. Okay. Wissen doch alle, dass Nico Nils unterstrich 1 heißt. Weil es ist mir wirklich wichtig, dass er mich nicht belügt. Das ist mir sehr wichtig in einer guten Beziehung. Ja. Das ist mir sehr wichtig. Was bist denn du für ein Homo, ey? Ja, nix gegen Schwule. Gell. Ja, natürlich nix gegen Schwule, aber... Aber gegen Nils schon, ne? Gegen Nils ist das erlaubt. Er ist ja eh nie da. Ja, was? Ich musste schlafen. Letzte Aufnahme verpasst du erstmal das Wichtigste und dann ist er heute mal wieder nicht da. Ja, gell. Voll schlimm. Fäng dich. Ich hasse dich. Voll schlimm, Alter. Moment. Moment. Ich bin schon Tage voraus, wenn ich nicht da bin. Pakti Bärz und Drago, ja? Und Potti das schnabelt da? Perry das schnabelt hier. Ich habe ihn Potti genannt. Perry. Stimmbruch Power 16 Level in den Arsch Tief Ich brauch Federfallstiefel Alter, ich brauch Federfallstiefel Das ist das Beste für mich Vor allem bei meiner Arbeit Was machst denn du? Da fall ich Ich bau grad an der Brücke rum Und spring gern runter von der Brücke Alter, warum achtest du denn nicht auf dein Leben? Weil er keins hat Das sind doch keine 24 Blöcke Was? Ich hatte schon Volles Leben Ja, dann musst du halt essen, damit du volles Leben hast Kennst du mich? Ich bin faul Voll sein, nicht faul Das kann ich bestätigen So wie Nils gestern Äh, gestern? Vor vorgestern Ja, das hat vorgestern Oder was vorgestern? Keine Ahnung, letztes Mal Vor mehreren Tagen Moment, es müssen vier Blöcke dazwischen sein Also muss es Muss hier der Pfeiler kommen Ich glaube diese Aufnahme Session war die geilste, die ich je hatte Zwei Stunden Blöcke pappauen Ich rieche den Naja, bei mir Ich habe ihm ein bisschen Abwechslung geboten Du riechst ihn? Ich habe einen Beef mit Gianni Ja, einmal mit Gianni Gianni der geil Der geil Eine zehnte Sekunde Beef mit Gianni Ich habe das geklaut Hey, wir müssen mal so eine Challenge machen Ja Wer am Ende vom Projekt Wer öfter gestorben ist Ich habe ja immer noch gesagt Wir müssen bei denen in das Quartier reinkommen Was klauen Hab ich gemacht Easy peasy Und dann hierher kommen Ohne dass die es bemerken Ich kann dir Unsichtbarkeitstränke geben Gibt Unsichtbarkeitstränke? Ja, es gibt Unsichtbarkeitstränke Seit wann hast du das letzte Mal? Minecraft spielt Alter, ist schon eine Weile her Ja, es gibt halt Unsichtbarkeitstränke Die Tränke wurden schon mega früh eingeführt 1.4 oder sowas Okay Dann ohne Unsichtbarkeitstränke Naja, ist doch langweilig Ist doch voll busy War schon fünfmal bei denen drin Hast du nicht mal gemerkt Okay, dann keine Challenges Willst du das alte Challenge machen, oder? Alle dreimal töten und dann nicht sterben Das ist ein Challenge Das weiß Alex sehr gut Dass das ein Challenge ist Jetzt Alle dreimal Alle töten Dreimal Ja Und dann nicht sterben Oh Gott Ja, ja Gott steht ja bei Und es ist plötzlich Ich stand da ein Skelett in meiner Bude Und ich habe ein Leben Leuchtet es doch endlich mal aus Nein, es ist ausgeleuchtet Die ganze Zeit hast du irgendein Problem mit Endermen Darkskeim, aber es ist ausgeleuchtet, du Penner Ja, dann muss es ordentlich ausleuchten Darkskeim ist uns immer noch scheißegal Ja, ein Penner ist voll böse Sag das nicht Ups Du bist echt zu doof zum Fappen, oder? Nein, zu dumm zum Laufen Ich lauf so nach hinten Genau so Fapp, 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 fapp Knack Aber, Penis Ich möchte es schaffen, in 30 Minuten Das noch abzubauen Penis Das hat die Sensur Okay, eine Sache will ich jetzt noch machen Penis? Dann bin ich weg Was? Du musst schon weg? Jo, ich will weg Wie peinlich Ich mag euch, ich mag euch nicht mehr Kannst doch bis 30 Minuten machen, das erste Mal Du bist du einer von den großen Jungs Lacht der gerade allein über sein eigenes Ich lache gerade alleine Nies, bist du nicht der jüngste von uns allen eigentlich? Nee, Canis ist jünger, der ist 14 Was? Wer ist 14? Ich glaube, Can Ach, das erklärt einiges Wirklich, der ist Ich meine jetzt ernsthaft gemeint Ja War eine ernsthafte Frage War eine ernsthafte Antwort Dann ist 14 Ich glaube, ja, 14 oder 15 Son Goku ist jetzt auf dem Weg Und bitches Fuck bitches Du musst davon Wenn schon Denn schon fliegen Damit du dir wirklich sagst Dann kannst du an Goku kommt Ich wetter mir hier wahrscheinlich auch eine Stadt in der Luft So eine kleine Mini Häuschen So 5 6 6 8 Kleine Häuschen Auf die schweben Und auf Stelzen gebaut sind Jetzt lass sie mich alle verfolgen Passiert noch was spannendes Batman 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 Was willst du aufs Maul? Batman Batman Ja, ist schon einer Gapta B D D Drop the bass An D D D D D ist ne Hexe. Ups. Peinlich. Alter, ich hab nichts dabei. Ernsthaft, zieh dir mal ne Rüstung an. Ich hab grad nichts dabei, wirklich nichts. Zieh dir trotzdem mal ne Rüstung an. Ernsthaft. Gönn dir mal. Ja, ich hab ja ne Rüstung. Ein Zombie tötet dich mit zwei Schlägen. Ja, ne Rüstung. Was ist? Bist du blöd? Peinlich. Immer noch. Ja, natürlich. Warum haust du da nicht einfach drauf? Wie ich sag so gern? Weil ich nicht dabei hatte bist du behindert. Ey Nils, ich schick dir gleich ein Bild von Dr. House und geh hin in der Hand. Ja, das mein ich ja. Du musst das Schwert schon mitnehmen. Ja, ich will's aber gerade nicht mitnehmen. Ja, ich hab immer ein Schwert dabei. Ja, aber ich will's trotzdem nicht mitnehmen. Warum denn nicht? Weil ich sparsam bin. Alter, wir haben genug Eisen. Weil du dumm bist. Eisen, 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 Eisen. Also ich baue jetzt erst die erste Rundenetage, also die erste Treppe, welche in meine Mine geht, damit ich von meiner Mine eine Verbindung zu meiner Festung hab. Und nicht wissen, wie umständlich ich das mache, ey. Das ist schon fast peinlich, wie ich das mache. P wie peinlich. P wie Penis. Penis peinlich, genau. Uh, ich hab ne Idee, wie ich das jetzt enden lasse. Ich zieh so ein Haus hin, wo ich ne Fläche hab. Also ich baue jetzt hier ne Fläche hin. Ein kleines Mündungshaus und da geht da ne Leiter. Kann man mit nem Pferd eigentlich sprinten? Oh, wie, da will ich jetzt mal da. Ja, kommst du. Doppel W auch, oder? Ja. Ne, ne. Fuck, wieso keine. Ne, ne, ne. Ne, ne, bitte nicht. Ich will das persönlich. Der hat ein Eisenschwert gezückt. Alter, ernsthaft, der hat ein Eisenschwert gezückt. Ja, oder? Längstert, geh ich nicht runter. Muss sowieso jetzt hier noch ein paar Fackeln anbringen auf der Dings. Wobei ich's wahrscheinlich noch ersetzen werde später durch, ähm, Dingsbums, ähm, 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 Glowstone, weil Glowstone leuchtet besser. Oder sieht zumindest besser aus. Ja, komm Alex, nimm halt das Eisen. Batman. Ich guck trotzdem in der Aufnahme nach, wie viel Eisen es wirklich warnt, die will ich dann auch zurückhaben. Batman. Oh Gott, er will mich glauben, er will mich glauben.